Hallo liebe Krebse und willkommen bei Chanua Taro. Ich habe hier Karte nur auf den Tisch. Es geht um den Monat September 2023. Ich glaube, einige Krebse stehen hier vor einer Entscheidung, in welche Richtung es zukünftig weitergehen soll. Das sagt mir der König der Schwerter. Der steht ja oft für Entscheidungen. Auch Zweite Münzen kann eine gewisse Entscheidung anzeigen, dass man entscheiden muss, in welche Richtung man Prioritäten legt. Ich habe hier die Ameise als Orakelkarte. Zeit, um zusammenzuarbeiten. Die Ameisen arbeiten ja im Team. Das ist ihre Stärke. Hier ist auch mit Reidemünzen eine gewisse Kooperation, eine Teamarbeit, vielleicht auch im Privaten irgendwo ein Aufbau. Im Vordergrund, hier habe ich auf dem Würfel den Stier. Einige haben es mit dem Stier zu tun oder ihr selbst habt Stier im Horoskop, Mond, Aszendent oder Mars. Im Planeten Stier. Hier habe ich noch die Orakelkarte auf einem Bein tanzen. Balance Akt. Möglich, dass hier Fingerspitzengefühl gefragt ist. Es gibt viel zu tun. Wenn man viel zu tun hat, dann hat man auch das Gefühl, ich muss hier auf einem Bein tanzen und alles gleichzeitig erledigen. Hier die Elf auf dem Würfel verweist auch auf diese zwei der Münzen. Das scheint hier wichtig zu werden. Gleichzeitig könnte aber auch die Elf für die große Arcana die Gerechtigkeit stehen für eine schicksalhafte Entscheidung. Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Bisher ist mir das noch alles sehr allgemein, aber ich werde auch weiter klären, weitere Karten auslegen. Fangen wir erst mal an hier mit der Königin der Stäbe. Das ist noch so die Restenergie vom August, die ihr hier in den September mit reinbringt. Und einige Krebser hatten im August die Möglichkeit, sich ein bisschen auszuruhen, kleinen Urlaub, ein bisschen Ferien zu machen. Ja, weil die Königin der Stäbe, die hat volle Power. Ja, da ist die Batterie aufgeladen und das kann man auch nur, wenn man sich zwischendurch diese Ruhephasen gönnt. Und einige haben es gemacht und starten jetzt hier, ja, sehr lebhaft in den September. Hier der Ritter der Stäbe ist auch so ein Energizer, ja, ist so eine unruhige, aktive Energie. Da will man schnell irgendwas machen, will man Action haben, will man, ja, Abwechslung erleben. Und ich habe den Eindruck, dass hier die Königin und auch der Ritter beide auf diesen König der Schwerter schauen. Ich denke, das ist eure zentrale Energie im September, der König der Schwerter. Und deswegen für mich auch der Hinweis, vielleicht steht hier eine wichtige Entscheidung an, weil der König der Schwerter steht auch oft für Entscheidungen. Entscheidungen aus dem Kopf, aus der Logik heraus. Der König der Schwerter lässt sich nicht einnullen, der lässt sich nicht manipulieren. Ja, der ist ziemlich straight und der kann sich gut abgrenzen. Der sagt auch mal nein, der kann auch jemanden in die Schranken weisen, wenn es dem zu viel wird, ja. Ja, irgendwie diese feurige Energie steuert hier auf diesen König. Der soll das entscheiden. Was wird jetzt mit dieser Feuerenergie gemacht? Wo wird es gebündelt und hingerichtet, ja? In welche Richtung? Also er lässt sich nicht beeinflussen. Wir sehen auf dieser Karte auch, der König schaut gerade aus. Er schaut nicht zu der Königin, er schaut nicht zum Ritter, er schaut gerade aus. Er lässt sich nicht beeinflussen. Lass du dich bitte auch nicht von diesen Impulsen unruhig machen. Vielleicht auch aus der Unruhe, aus der Hektik und Ungeduld in eine falsche Richtung treiben, lieber Krebs. Hier mit diesen zwei der Münzen, dieses Hin und Her, viele Aufgaben, vieles ist zu tun. Viele verschiedene Bereiche vielleicht müssen hier, ja, gleichzeitig bedient werden. Und es ist hier auch wichtig, bei zwei der Münzen sich zu priorisieren, also zu gucken, was ist hier wirklich wichtig. Ja, man verliert sich ja nur dann, wenn man sich, ja, wenn man dazu tendiert, sich mit unwichtigen Sachen zu beschäftigen. Immer erst das Wichtige erledigen und dann die anderen Sachen hinterher. Ja, das ist so eine kleine Hilfe, um das zu strukturieren. Von der anderen Seite, das sind die Energien, die von außen auf euch zukommen. Drei der Münzen, da ist so diese Zusammenarbeit, ja, man spricht hier miteinander, Besprechungen. Ja, man hat hier sozusagen Pläne für die Zukunft. Man guckt, wie man hier zusammenkommen kann, wie man zusammen, ja, so auf einen Nenner kommen könnte. Hier sind auch mehrere Menschen abgebildet und das könnte hier auch was mit diesen zwei der Münzen zu tun haben, wo du überlegst, soll ich da weitermachen, soll ich da investieren? Könnte hier auch nur für die Zusammenarbeit oder für den Aufbau mit einem Menschen stehen, für den Aufbau einer gesunden Beziehung zum Beispiel. Apropos gesund, hier haben wir den Teufel direkt dran. Das heißt, das, was hier geboten wird, hat einen Hinkelfuß, ja. Da kannst du mitmachen, ja. Es wird dir suggeriert, du bist hier gleichberechtigt, du kannst hier mitreden, du kannst hier mitmachen, aber du kommst hier aus der Sache nicht so einfach raus, ja. Das Ganze hat hier noch ein Aber, ein Komma und eine ganze Liste an Sachen, die du dann machen musst, wo du in eine Verbindlichkeit, in eine Abhängigkeit reingezogen wirst, wo du vielleicht eine Zusammenarbeit dann hast, wo du sehr eingeschränkt wirst in deine eigenen Freiheit, in deine Entfaltung, wo deine eigenen Wünsche vielleicht unter den Teppich gekehrt werden, ja. Weil die Teufelsenergie, das ist so dieses, du bist dann an der Kette und du kommst hier nicht mehr raus, ja. Da musst du dies und das und das auch noch machen, ob es dir gefällt oder nicht. Hier haben wir das Gericht, das ist sozusagen der Weckruf, möglich, dass hier ein Weckruf kommt von der anderen Seite, dass man hier nicht rein stolpert, ja, dass man nicht dazu verführt wird, hier wieder reinzugehen. Möglich auch, dass hier ein Weckruf kommt von der Gegenseite, der so laut ist, dass du sofort merken sollst, aha, geh da nicht weiter, geh da nicht weiter, bleib stehen. Ja, sonst wirst du hier an die Kette gelegt. Also möglich, dass das hier ein und die gleiche Energie ist, also alles hier, ja. Möglich aber auch, dass das hier zwei verschiedene Energien sind. Also einmal jemand, der dich hier irgendwo reinziehen möchte und einmal hier ein Weckruf. eine andere Quelle, die dir sagt, komm, folge mir in eine andere Richtung, ja. Weil der Ritter der Münzen hier am Ende, der ist hier, der hat hier so eine Weite vor sich, ja. Der hat hier viel Land zur Verfügung, wo er hinreiten kann. Da ist alles frei, da ist eine freie Fläche, er kann da weitergehen. Da ist ja keine Begrenzung. Ich muss das jetzt klären, ja, weil mir ist es einfach noch zu allgemein. Ich kläre das jetzt mal hier, um das so ein bisschen einzugrenzen. Bobe der Schwerter. Aster Schwerter. Zwei der Stäbe, die zweite Zweierkarte. Zehn der Stäbe. Der Magier. Die Kraft. König der Stäbe und der Nahr. Sehr gut. Ja, liebe Krebse, hier als Königin der Stäbe mit diesem Bogen. Du hast irgendetwas rausgefunden. Irgendwas hast du beobachtet und das ist so, als ob hier dein inneres Feuer, deinem Geist, deinem Kopf, deinem Verstand irgendetwas zuflüstern möchte. Dass aus der Schwerter unter dem König nochmals der Hinweis, du bist glasklar, du bist wirklich knallhart. Ja, weil hier kommt wieder diese feurige Energie auf dich zu, will von dir irgendeine Entscheidung haben, will dich hier herausfordern, im Positiven oder im Negativen, aber hier mit diesem ersten Schwerter sagst du, nee, keine komischen Sachen, keine vollen Spielchen. Ich bleibe hier bei dem, was mir wichtig ist, was ich als wertvoll, als richtig erachte. Ja, also zweimal die Zwei. Also steht hier wirklich für eine Entscheidung, die du fällen solltest, könntest, möchtest. Pass auf, lieber Krebs bei Zehen der Stäbe. Hier, dieses ganze Hin und Her, dieses Rumwälzen der Verantwortlichkeiten. Wenn du dir zu viel aufbürdest, kommst du hier schnell an deine Grenzen, ja. Achte bitte auf Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Gib auch Verantwortung, Aufgaben ab, wenn möglich. Und das, was nicht wirklich wichtig ist, bitte auf morgen verschieben, ja. Sonst droht hier wirklich so eine Überforderung, die dann sich vielleicht auch körperlich zeigt oder eine geistige Erschöpfung, wo man dann nicht mehr klar denken kann. Und das ist hier total wichtig. Ja, diese vier Karten, also sehr interessant, ja. Eine sehr interessante Energie und, ähm, hm, der Magier mit diesen drei der Münzen. Also das ist hier schon eine sehr starke, das ist wie so ein Sog, ja. Mit dem Magier und mit dem Teufel, es ist wie, wie so ein Sog, der dich da quasi hinzieht. Oder jemand fühlt sich extremst von dir angezogen, könnte hier auch wirklich, äh, in eine sehr starke körperliche Anziehung münden, ja. Dass jemand sich hier stark von dir körperlich angezogen fühlt oder das, was dir hier angeboten wird, äh, ist einfach sehr verführerisch, ja. Hier haben wir mit der Stärkerkarte, mit der Kraftkarte haben wir auch sowas, äh, energetisches, ja, sowas sexuelles. Genauso hier mit der Teufelsenergie. Und der Magier, der weiß sowieso, welchen Stab, äh, er rausholen muss, damit das, äh, damit das auch funktioniert. Es geht hier bei diesen vier Karten definitiv um den Wagen. Es geht um ein Weiterkommen, das ist ja deine Karte. Es geht um, ja, das Vereinen, ja, von zwei verschiedenen Energien. Und dann geht's los in eine bestimmte Richtung. Es geht hier um Aufbruch, um eine Veränderung. Veränderung, vielleicht auch um einen Umzug, Ortsveränderung für viele. Das wird hier dreifach angezeigt, ja. Nur der Teufel macht mir da so ein bisschen Sorgen. Ja, mit dem Gericht und mit dem König der Stäbe könnte hier für einige Krebse jemand zurückkommen. Eine zweite Chance mit einem Feuerzeichen. Oder dieser Mensch ist einfach sehr feurig, hat sehr viele feurige Elemente im Horoskop, feurige Zeichen, Planeten, Aspekte. Ähm, ja, hier könnte für einige eine zweite Chance kommen, ja. Und hier mit diesem Ritter der Münzen und mit dem Narren auch dementsprechend irgendwo Neuanfang. Irgendwo steht hier Neuanfang an. Also das, was hier passiert, das ist nicht zu übersehen. Ja, aber bei dem Gericht ist das einfach, äh, das ist so präsent. Man kann das nicht übersehen. Das ist auch nicht irgendeine E-Mail, die dann im Spam-Ordner landet. Das ist wirklich direkte Konfrontation. Ja, mit dem Teufel, da bin ich mir nicht so sicher, ja. Ähm, das könnte hier auch sowas wie ein Schwarz-Weiß-Denker sein. Jemand, der sagt, äh, wenn du hier mitmachen möchtest, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann musst du aber auch alles, was davor war, abkappen. Ähm, da musst du dich mir komplett verschreiben, dann musst du dich 100% dafür entscheiden. Dann gibt's keine Kompromisse mehr. Wie geht's hier weiter? Acht der Kölche. So, ich lege erst mal aus. Acht der Stäbe. Gericht. Der Stern, aber der ist umgekehrt gekommen. Na, sowas. Schade, bei sonst sehr gute Karten. Hier ist die nächste umgekehrte. Der König der Münzen. Grad des Schicksals. Auf jeden Fall sehr viel Bewegung in der Zukunft. Page der Münzen. Und der Herrscher. So. Also, zunächst mal, liebe Krebse, ich habe das Gefühl, das ist hier nicht in erster Linie eine Liebeslegung. Ich habe ja außer diesen acht Kälchen keine einzige Kälchkarte auf dem Tisch. Ja, die Kälche stehen ja für Gefühle. Ich denke, für viele Krebse geht es hier um eine Zusammenarbeit. Es geht um was Berufliches, ein Projekt, eine Idee. Irgendetwas, wo vielleicht euch angeboten wird, da einzusteigen. Und hier liegt dieses Angebot. Und das ist sehr, sehr verführerisch. Da werden Versprechungen gemacht. Es passiert dies und das. Wenn du hier mitmachst, ja, hier kannst du dich total entfalten, verwirklichen. Aber wie schon gesagt, hier mit dem Teufel stimmt hier irgendwas nicht. Und die Krebse, die sich hier für diese Sache entscheiden, werden relativ schnell feststellen, nee, das ist hier gar nicht mein Ding. Das wird sehr, sehr schnell passieren, ja. Und ihr werdet dann sehr schnell mitbekommen, dass hier, ja, dass hier nicht Wünsche in Erfüllung gehen, dass hier nicht die Freiheit und die Entfaltung kommt, die Erfüllung, die euch versprochen wurde, sagen wir es mal so. Ja. Das sehen wir hier auch mit dem König der Münzen umgekehrt, ja. In dieser Spalte unter dem Magier. Hier fehlt es an Stabilität. Hier fehlt es an Geld, wenn es was Berufliches ist, ja. Hier ist irgendwie ein Chaos. Und das ist aber sehr versteckt. Das wird euch nicht präsentiert. Das wird verschleiert. Hier wird sehr stark mit dem Magier operiert, ja. Versprechungen werden gemacht. Es wird einem sozusagen Honig ums Maul geschmiert. Und wenn sich das hier dann zeigt, ja, dass diese Stabilität, diese Substanz hier total fehlt, ja, dann weht hier ein ganz anderer Wind, ja. Dahingegen diese sechs Karten zum Schluss sehen für mich ganz gut aus. Also, hier könnte im Privaten doch ein König auftauchen. Hier könnte jemand wieder sich zeigen, Interesse bekunden, speziell wenn hier eine Rivalitätssituation sich aufzeigt. Wenn es was Berufliches ist, dann ist das hier eine zweite Chance. Da ist das jemand, wo man sich vielleicht beworben hat und schon aufgegeben hat. Und das kommt plötzlich doch ein Zeichen, hey, Krebs, wir wollen dich hier haben, ja. Und hier mit diesem Page der Münzen und mit dem Herrscher ist hier ein sehr gesunder Aufbau ersichtlich. Genauso hier auch mit dem Ritter der Münzen. Also, hier ist definitiv sehr viel Stabilität gegeben. Hier ist so ein sicherer Rahmen. Hier kann man darauf vertrauen, dass jemand Entscheidungen trifft, der auch Entscheidungen treffen kann. Der dazu die Kraft hat, der einen guten Rahmen vorgeben kann. Ja, hier sind wirklich sehr saubere, klare Strukturen. Zwar in kleinen Schritten, aber dafür umso haltbarer. Und das hier, was hier präsentiert wird, ist hier wirklich so, ja, Zaubertrick-Künstler, ja. Ich zauber hier mal was aus meiner Trickkiste und das glitzert und blinkt, aber da ist irgendwie nicht viel dahinter. Da fehlt es an dieser Stabilität, die gerade die Krebse benötigen, ja. Die Krebse sind, Wasserzeichen, sehr emotionell, sehr sensitiv, sehr sensibel. Die können anderen sehr viel Halt und können andere Menschen verwöhnen, sehr zärtlich sein, ja. Die sind sehr liebevoll mit Kindern, die sind auch sehr liebevoll mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, kümmern sich immer. Ja, sind sehr mütterlich, sehr beschützend. Aber die Krebse brauchen auch einen starken Partner, egal ob beruflich oder privat. Die brauchen so einen starken Fels in der Brandung. Weil der Krebs aufgrund der vielen Gefühle, Emotionen doch ab und zu strauchelt und unsicher wird. Und da braucht es so ein starkes Gegenüber, was dann sagt, hey, lieber Krebs, alles ist in Ordnung, ja. Krieg dich wieder ein, wir kriegen hier das Problem gelöst, ja. So ein unsicherer Kandidat ist hier völlig fehl am Platz. Da weiß der Krebs gar nicht mehr, wohin, ja. Also, liebe Krebse, ich hoffe, die, die hier vor der Entscheidung stehen und wenn hier wirklich sowas kommt, dann wirklich als König der Schwerter den Verstand einschalten, ja. Logisch denken, alles ganz genau prüfen. Und ich betone es nochmal, ich habe das schon im August gesagt, Planet Merkur ist ja rückläufig noch im September bis zum 15. September. Bitte vom 1. bis 15. September, wenn möglich, keine Verträge abschließen. Sich da nicht zu irgendwas verpflichten, da könnte wirklich, ja, so ein Stolperstein dabei sein, wo man hinterher, ja, mit 5 der Kelche bereut und sagt, warum habe ich das getan, das war hier der falsche Schritt, ja. Und wenn es gar nicht mehr abwendbar ist, wo man wirklich eine Unterschrift setzen muss, zum Beispiel, ihr sucht eine neue Wohnung und ihr seid darauf angewiesen, jetzt sofort einen neuen Mietvertrag zu unterschreiben, dann bitte wenigstens den Vertrag, den Mietvertrag ganz genau lesen. Da jede einzelne Klausel studieren, vielleicht auch noch einen Rechtsanwalt befragen oder einen guten Freund, der sich da auskennt, dass man da vielleicht nochmal bei irgendwelchen Vertragsbestandteilen oder Klauseln, die nicht so positiv für euch sind, da nochmal nachverhandeln kann. Und durch diese Nachverhandlung kann man dann auch nochmal die Zeit so ein bisschen hinauszögern, ja. Vielleicht kommt ja bis dahin sogar noch was Besseres. Darum prüfe gut, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Speziell für den Merkur gilt das ganz besonders. Liebe Krebse, ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen September. Bleibt hier straight, bleibt hier klar im Kopf. Und ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Macht's gut. Tschüss.